Einen wunderschönen guten Samstag Nachmittag. Martin ist auf dem Weg, der kommt, aber ich fange jetzt schon mal an. Bei mir ist erst mal Kaffee und Kuchen angesagt. Nein, es gibt nur ein Plätzchen und Keks und Oreo Kaffee hier von so einer Maschine. Tassimo oder so. Keine Ahnung. Neues Projekt. Erstmal Prost. Ich habe mir was ausgedacht. Wir werden ein Regal bauen. Da ich ja so ein Ägypten-Fan bin, werde ich mal ein Pyramiden-Regal bauen. Ich kann ja mal kurz aufzeichnen, wie es ungefähr aussehen soll. Und dann halte ich euch das mal rein, also in die Kamera. So, wie wir wissen, es gibt ja drei Pyramiden. Und daher sind es auch drei Pyramiden, die aufeinander sind. Also so komisch hier. Na ja, wir werden mal ein bisschen alte Latten verwenden. Wir werden mal ein bisschen runter hobeln, ein bisschen dünner machen das Ganze, damit das nicht so fett ist. Und da werden wir zwischendurch Stück bauen und dann können wir nämlich schöner, da waren wir rechts und links, das anbauen. Und mal gucken, ob ihr das seht, so soll es dann aussehen. Also es ist jetzt wirklich ganz grob. Also ich muss mal den richtigen Winkel finden und ja, mal gucken. Das wird so mein Wochenendprojekt. Wie ich es jetzt zum Schluss mache, also ich denke mal, ich wäre es bloß ölen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe mal, dass der verrückte Kleck kommt. Und, achso, wir haben ja nochmal einen Außensatz. Morgen wahrscheinlich. Heute, es regnet gerade, wird es sonst werden, weil zu feucht. Deswegen morgen. Und dann ist auch morgen bei meinem Bruder dann ein paar Wohlspüle anbauen, also die Schüssel einbauen und halt eben Fußball gucken und poolen. Und grillen. Also heute grillen wir nicht in der FUWU, sondern morgen erst, bei meinem Bruder im Garten. So, jetzt halte ich die Klappe und werde jetzt erstmal meinen Oreo Kaffee, keine Ahnung, Getränk zu mir nehmen und mein Keks essen. Plätzchen Keks, nennen wir es heute. Und wir sehen uns, wenn ich dann anfange und wenn Martin dann wieder da ist. Bis dahin, Pause. So, vorbereitet habe ich alles. Dann werden wir jetzt einmal hobeln. Ich werde das Ganze auf 15 mm, wenn ich das runter hobeln. Habe jetzt ungefähr 22. Da ist das Material. Da steht der Hobel. Und, ja, muss ich sagen, fangen wir an, haben wir ein paar Brettchen zu hobeln. Ich werde erstmal, kann man ja immer gebrauchen, vielleicht mal für ein anderes Projekt. Also, Brettchen haben wir genug, weil Martin bringt immer ordentlich, ähm, äh, wie heißt das hier, so eine, ähm, meine Fresse. Jetzt ist der auch nicht mal da. Den kann mir nicht mal helfen. Äh, Paletten. Der bringt mir immer Paletten mit und deswegen, ähm, haben wir genug von dem Zeug da. Gut, äh, dann, äh, äh, werde ich jetzt mal loslegen. Pause. Musik Ton! Ton läuft! Kamera! Kamera läuft! Und bitte! Herzlich willkommen in der Frischöpfle. Habe ich schon gesagt. In der Frischöpfle. Ja, das hast du schon gesagt. Der Knalltüte. Die Knalltüte. Die Knalltüte. Und spät kommen und dann auch hier rumeiern. Ja, war mal wieder. Es hat geschifft wie so. Ich konnte 30 fahren. Scheinwünsche hat es nicht geschafft. Genau. Aquaplaning. Ja, genau. Ist auch wichtig. So, ich habe ja schon angefangen. Ich habe ja auch schon ein paar Projekt, äh, mein Projekt hier vorgestellt. Habe auch schon, äh, das Hobeln, äh, gezeigt und wie ich ausgeflappt bin. Geklaut bei Pinterest. Das stimmt gar nicht. Das habe ich mir selber ausgedacht. Das stimmt gar nicht. Ja, genau. Na, dein Projekt, was du baust, ist ja auch nicht aus deinen eigenen Fehlern gewachsen. Ne, es ist ja eine Auftragsarbeit für jemanden. Aber es ist auch geklaut. So. Und welches Projekt ist hier nicht geklaut? Frau Kenz. Meine Mutter. Na, sag mal! Mann, was spinnst du, oder was? Was ist denn heute mit dir los? Sag mal, das gibt es doch bald nicht. Was hat jetzt meine Mutter hier im Spiel zu suchen? Im Spiel? Guck mal, was hier drüben steht. Berliner Kindle. Nee. Sind ne? Das ist Berliner. Achso. Berliner Kindle ist was anderes. Oh, mein Akku ist alles. Ach, du Scheiße. Meine Fresse. Was hält du hier an? Jetzt, ja. Priseur. So, pass auf. Ja, tja. Ich habe jetzt meine Dinger hier gehobelt und auf eine Breite geschnitten. 9 Millimeter. Ne, 9 Zentimeter. 90 Millimeter, 9 Zentimeter. Jetzt geht es ans... Eingemachte. Jetzt muss ich auf die Länge schneiden und dann mal gucken. Was soll das überhaupt? 9 Zentimeter soll das sein? Ja, es sind 9 Zentimeter. Das ist dann wieder eine Truppe, der 24 Millimeter macht und 26 einstellt und dann wundert er sich. Das ging nicht anders. Nein, das war schief, das Brett. Achso. Gut. Okay. Ich baue eine Skateboard-Halterung. Geklaut mein Pinterest. Nee, ich nicht. Natürlich. Nee. So, weiter geht's. Oh, da liegt ein weißer Helm. Ja, das ist doch von mir. Gut, weitermachen. Erstmal Pause. Peace. Geht das wieder nicht aus, das Chef. Länger drücken. Ich drück doch immer länger. Ja, 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 ja. Bitte. So. Ich baue jetzt Nichts. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Von hier werden jetzt quasi die Skateboards eingesteckt. Seitenteil. Herr Pinterest! Teile zugeschnitten. Jetzt kommen die Schlitze. Nach 4.890 Mal. Aber es ist immer noch nicht aus. Wir sind zu doof. Wir haben ja auch für ein paar Sematte. Ich weiß nicht. Ich habe mehr, äh, wie hieß das hier? Wo hat man immer das? Chemie. Was? Nee, was war denn das für ein Fach? Was? Na, wo du hier Sexualkunde hattest. Was? Wo war denn? Ach, Biologie. Na ja, ist doch das Gleiche. Da war ich super. Aber hier, äh, das ist nicht so einfach mit den Pyramiden. Was ich mir hier ausgedacht habe. Wenn ich wirklich auf Winkel... Also wir haben die Winkel raus, wir wissen aber nicht, wie wir sie schneiden sollen. Es ist nicht so einfach. Die werden sich wahrscheinlich alle totlachen über uns jetzt hier. Ja. Weil wir zu doof sind. Das wird wahrscheinlich wieder ganz einfach sein. Aber wir wollen auch nicht googeln. Und wollen gucken. Wir wollen alleine drauf kommen. Und das ist wichtig. Was willst du denn jetzt hier? Ah! Schneide ich dir nicht hier die Runde um? Nein, den du so rund schneidest. Schleife. Mit dem Dremel. Hab ich nicht. Hier oben ist doch einer. So. Wir probieren es weiter. Ist schönes Projekt. Muss man mal ein bisschen überlegen. Finde ich gut. Obwohl es wahrscheinlich ziemlich einfach ist. Aber wir zu doof sind. Gut. Weiter geht's. Pause. Jetzt haben wir es langsam hingekriegt. Zwei verschiedene Arten. Eben mal so zusammen. Und oben ist es so zusammen. Und dann, äh... Was machst du denn da? Sag mal. Was hast du denn? Es sieht ja auch schon wie was anderes. Was machst du denn da? Sag mal. Ich kann nicht mehr. Das wollen die Leute nicht sehen. Wie du lachst. Jetzt wäre ich spannend. Na fach, doch mal dem die Mütze aus. Es ist schon über eine Minute. Mach doch mal. Wieder. Da geht's. Ich muss Pause machen. Mein Bauch tut weh. Pause. Pause. Kamera. Kamera läuft. Und bitte. Ich wollte es eigentlich jetzt mal ernst bleiben. Aber kann man ja bei dir nicht. Sonntag früh nach dem Frühstück. Heute ist Branding Time. Wie nennt man das so? Branding. Wir haben heute noch. Aber heute brauchen wir ein bisschen Branding. Ja. Ist irgendwie abgebrannt. Wir haben schon mal. Das haben wir. Wir haben schon mal probiert. Das muss viel doller sein. Das muss schwarz sein. Nein. Nein. Will ich ja aber nicht haben. Ich möchte nur die Struktur rauskucken. Dann sieht es aus wie gewollte Richtigkeit. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Was ist denn mit dir? Wie soll das denn aussehen? Also wie haben wir. Weiß ich noch nicht. Dann musst du doch wissen, was du jetzt hier machst. Du kannst doch jetzt ihm versauen. Hast du ihn schon versaut. Das stimmt allerdings. Guck mal. Wir holen das Beste raus noch. So. Wir werden jetzt erst mal raus. Heute und außen sind der Bart abgebrannt. Nee. Komm. Oh. Ich hab. Hörst. Hörst. Wir haben schon mal hier die Luft gemacht. Aber wir haben ihn jetzt zu flach zu holen. Das hat ja gerade gesägt. Guck. So. Mach zu. Jetzt muss ich nähen. Wenn wir noch rein. Das ist Zeit, ne? Das ist nur mal kurz hier. Ich verleim das hier. Soll ich auch brennen oder weil? Hau ab hier. Wenn ihr macht mal sowas draus. Ja. Machen wir die Tür auf. Halt sie erst mal Pause machen. Hörst du auf die Leitung auf? Wiegeleiter? Na hier. Pff. Mensch. Das ist doch. Ja, ja. Mensch. Hörst du dich mal heute Abend hier einpullern? Man sagt doch mal, wenn Kinder mit Feierspielen pullern, sie ein. Kennst du das? Ach du Scheiße. So eine Scheiße. So soll es sein. Nee, so soll es nicht sein. Doch. Das ist aber richtig. Mann ey. Aber ist ja eh unten. Toll. Ist eh unten. Sieht doch, Kinder. Ja, wenn man rumspielt, passiert so ist es nämlich. Ja. Pause. Versuch Nummer zwei heute hier im Garten bei der Satellitenanlage. Wir haben jetzt ein längeres Rohr besorgt. So ein Dreischraub habe ich schon drin. Dreischraub schon? Na dann, hau rein. Ich muss jetzt noch die vierte reinmachen. Vierte und den können wir ja endlich grünen. Aber das Problem ist, ich muss noch die Leiter. Ja, du bist ja auch. Okay, Mann. War nicht. Hobbit. Das ist eben GS geprüft hier. Sehr gut, sehr gut. Gut. So. Deswegen haben wir jetzt hier. Ne, wieso? Ne, hier so komme ich nicht rein. Das ist doch was. Ja, ja, hab ich schon. Hab ich schon. Hast schon ein paar Wohlspiele geführt. Hab ich schon. Ich habe schon gefilmt. Bild. Bild. Ne, nicht Bild. Ton. Ton läuft. Kamera. Kamera ist an. Bitte. Wir wollten uns eigentlich nur verabschieden schnell. Hm. Das war wieder... Nein, das durfst du nicht sagen. Ach so, warum? Also, die Schüssel ist zwar dran, aber immer noch kein Bild. Ja, guck mal, irgendwas liegt es. Trotz App geht es trotzdem nicht. Oh, es ist scheiße. So, jetzt fahren wir hin und dann werden wir auf Fußball gucken noch ein bisschen, wahr? Oder? Ja. Du machst es wieder klar oder? Genau. Okay. Gut, wir wollten uns eigentlich nur verabschieden. Bis nächste Woche. Wann? Dienstag. Donnerstag. Nicht, Dienstag ist Fußball. Also gar nichts. Doch. Wir werden sehen. Gut. Auf jeden Fall bis nächste Woche. Also, wir haben schon nicht mehr gesagt, was sollen die, was sollen die, äh, unsere Zuschauer, wenn sie es noch nicht gemacht haben, machen? Abonnieren, liken, kommentieren, Instagram. Müssten wir auch mal wieder ein bisschen was machen. TikTok? Na, TikTok sind wir nicht. Klar. Ich, ja, da kannst du ja nicht reingucken, da wirst du ja, was da kommt die ganze Zeit nur. Ja, stimmt. Tanzen sie ja nur. Gut, dann. Ringe und peace. Genau. Peace. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.